Hallo, mein Name ist Jens Flug von der Firma Trof Kaminöfen und ich zeige Ihnen heute, wie man bei einem modernen Kaminofen Holz nachlegt. Grundsätzlich legen wir erst Holz nach, wenn nur noch Glut im Ofen ist. In unserem Fall legen wir heute zwei Stücken Holz nach. Dazu öffnen wir die Kaminofentür einen Spalt, damit ein Druckausgleich stattfinden kann. Dann legen wir das Holz einfach in die Glut nach. Ziehen die Luft wieder etwas auf. Wenn das Feuer richtig angebrannt ist, können wir die Luftzufuhr wieder reduzieren. Das Feuer kann gemütlich weiter brennen. Unsere Kaminöfen sind grundsätzlich auf zwei Heizleistungen geprüft. Die jeweilige Heizleistung bestimmen Sie selbst mit der Holzauflagemenge. Alle Informationen dazu finden Sie in unseren Technischen Informationen.